Ladies and Gentlemen, Willkommen zum Update Video von dem Livestream Projekt vom lieben Trivolo oder vom Experten Modus So, was hat sich gestern alles getan? Gestern am Montag hatten wir noch mal am Abend ein bisschen geschehen Zuerst einmal fing es damit an, dass der liebe Klato und Trivolo ein bisschen farm gegangen sind Die haben hier vom Gunpowder was gefarmt Um damit zum ersten Mal hier auf dem Server den ersten Blast Furnace fertigzustellen Ist doch schon ein bisschen fertig geworden, so 5 Stahlblöcke glaube ich So, währenddessen habe ich mich mal beschäftigt hier noch ein paar Solar Panels von Project Red anzuschließen Dass wir, ähm, damals damit schnell nochmal hier so einen weiteren Ofen anschließen können Da muss ich mal schauen, dass ich das irgendwie nochmal stabiler hinkriege, weil der ist ziemlich am Wackeln momentan So, was haben wir noch gemacht? Dann hat der liebe Trivolo angefangen die Mock Farm zu bauen Währenddessen hat mir der liebe Klato ein bisschen geholfen, unten einen kleinen Räumchen auszuheben Diesen Raum Da haben wir angefangen hier so ein bisschen was zu züchten Einmal Cotton haben wir jetzt auf 10, 10, 10 Und die Cinderpearls Fürs Blaze Powder So, damit sollten wir auf jeden Fall schonmal Blaze Powder auf Strings und Cotton und so weiter Wolle auf Vorrat haben Da werde ich jetzt auch wahrscheinlich mal Offscreen ein bisschen weiter züchten Dass wir, ähm, hier nochmal Weizen Was haben wir hier noch hin Hier soll Weizen, hier sollen Soybeans Also Soja Äh, Lettas, Tomaten Und wahrscheinlich noch zwei weitere Sorten Ich weiß noch nicht genau, wo ich da reinhauen werde Welche auf 10, 10, 10 bringen Für unsere Essensversorgung Ja, dann haben wir noch den Presser fertiggestellt Dank, äh, dem lieben Klato Der hat nämlich noch ein paar Seeds gefunden Gut Dann Habe ich noch hier so ein paar von den Essence Barriers gefunden Habe ich nochmal rübergebracht Gut Ansonsten war es jetzt auch schon von diesem Stream Es war ein kurzer Stream dieses Mal Es waren circa zweieinhalb Stunden, glaube ich Ja Was ich mir noch persönlich gemacht habe Ich habe mir noch hier ein neues... Oder? Ne, hier ist ein Schwert Wieso habe ich zwei Schwert haben Das Schwert habe ich mir nochmal neu gemacht Damit wir jetzt auch in Zukunft mehr, äh, Gunpowder und Enderperlen Farben können, apropos Enderperlen Ich habe noch drei Enderleases gefunden Die werden wir noch etwas züchten Ja Dann würde ich sagen Das war es für dieses Livestream-Video Das, ähm, ich glaube der nächste Livestream findet am Mittwoch statt Bin mir jetzt nicht genau sicher Nehmt das nicht auf bare Hand Dann bitte ich dann nochmal, äh, achtet eher auf die Post von dem Trivoload Von dem gehen die Streams aus Gut Dann, würde ich sagen Links zu den anderen beiden sind in der Videobeschreibung Und du machst auf jeden Fall ein Like und so weiter da auch Und auf jeden Fall ein Abo Und wir sehen uns dann beim nächsten Livestream oder beim nächsten Update-Video Bis dahin, tschüss 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 Tschüss